Ich bin direkt hinter euch. Ich bin direkt hinter euch. Wir reden mit Kyra. Endlich ist jemand hier. Ich... Die Katze... Najir... hat mich überfallen. Er will sich sein Schwer zurückholen. Ich... kann nicht... Der hat es wohl hinter sich. Was ist denn das jetzt? Okay, das ist wohl... Moment, das Gold nehmen wir mal mit. Der braucht es nicht mehr. Dann die bleiche Fürstin findet das geschohlene Schwert. Ich denke mal... Dieses Licht wird uns hinführen. Das ist wahrscheinlich... Warte mal, habe ich Aura flüstern aktiv? Ja. Und dieses Schwert... Was ist jetzt meine Aufgabe? Verbanne die bleiche Fürstin. Findet das gestohlene Schwert. Woher seid ihr gekommen? Also das ist die bleiche Klinge. Was kann die denn? Sie leidet 25 Punkte Froststand. Und 50 Punkte Ausdauerschaden. Schwächere Kreaturen an Menschen fliehen für 30 Sekunden. Also es ist eher so... Wenn ich dieses Schwert auf den Altar zurücklege oder hineinstecke. Das weiß ich jetzt noch nicht genau wie das läuft. Dann... Verbanne ich die... Bleiche Fürstin. Kann aber das Schwert dem Questgeber nicht geben. Das heißt, wenn ich das Schwert... Verhalten will für die Quest... Dann muss ich die bleiche Fürstin anders killen. Und dann... Ja... War ja eigentlich recht einfach. Ich hab... Das ist... Hat Serana beschworen. Ich hab erwartet... Dass das komplizierter wird. Weil die... Haben ja die Eigenschaft... Dass sie sich... Also diese... Das war jetzt so ne... Werden die gleich wieder... Äh... Wie heißen die gleich wieder? Ach ich... Versteh... Was wieso ist die jetzt abge... Verbanne die gleiche Fürstin. Das war jetzt so ne... Wie heißen denn die jetzt? Jetzt komm ich nicht drauf. Aktivieren Schwertständer. Hm... Was passiert denn wenn ich das Du vorher speichern? Falls mir das Ergebnis missfällt? Nix. Ich kann es aber wieder mitnehmen. Okay. Ich nehm die jetzt mit. Und... Ja... Irgendwo müsste hier dann wohl auch der... Drachenschrei Altar sein. Moment... Wo 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 wo... Umgebungskarte... Hilf mir jetzt gerade nicht weiter. Gut. Äh... Schau mal uns mal da hinten um. Clown deutlich zu höher. Deswegen sind wir eigentlich hier. Table... Statue... Eisform... Das war jetzt also der letzte Schrei von Eisform. So... Eis, Eisform. Den müssen wir jetzt noch aktivieren. dann habe ich noch 28 drachen sehen das wird so gerade noch reichen tierfreundschaft wer der nächste schrei mal gucken wo der ist moment am laptop schaue ich bin da nach tierfreundschaft angewunde ich erkläre das gleich mal auf screen aber ich schaue mich hier vorher erst noch mal um das ist wohl die eigentliche belohnung goldgranate wiegt nicht viel ist was wert genauso wie das zauberbuch niedere untote abwehren niedere untote abwehren den kenne ich gar nicht doch du kennst bereits niedere untote abwehren komisch dass mit der grad nichts sagt wir verlassen das hier mal ich habe jetzt gedacht es wird noch was größeres mit der mit der gestalt weil die teilen sich nämlich auf in mehrere und wenn du nicht aufpasst bist du umzingelt von denen wie heißen denn die ich komme jetzt nicht gerade schwamm muttern die nereiden sind es in lsk online manchmal aber hier in skyrim heißen es ein bisschen anders ich komme jetzt nicht drauf karte gut ich habe jetzt eigentlich gedacht dass ich das schwert dann der anderen die wir zuerst begegnet sind bevor wir hier rein sind vergeben muss aber offenbar ist die quest restlos erledigt vielleicht wird die noch draußen herum und ich kann sie noch mal dran ansprechen und dann sehen wir schon mal kurz aura flüstern dann aktivieren ja und dann weiß angewunde in der rift habe ich schon da bin ich mir sicher ist gramos grab auch aufstieg der alten in falken ring wer dann wäre dann das nächste ziel voraussichtlich aufstieg der alten der suche ich jetzt mehr während der ladebildschirm läuft wenn immer noch da das ist schön gut wollte ich dahin irgendwie seltsam ja doch ich glaube schon genau hier war doch die andere tussi die uns die quest hoppala das war nicht in meinem in meiner absicht so das muss ich warten also die ist doch dann da lang gerannt ich würde ihr diese klinge gerne geben wenn sie es denn überhaupt haben will ja ich bin das nicht mehr gewöhnt dass ich auf die drang schreie warten muss hier mache ich mal kurz pause taste so inzwischen ist die abkling abkling zeit vorbei schauen wir mal ob sich da noch irgendjemand außer uns drei hier verbirgt da hinten ja da waren rote punkte da auch was ist das das ist wild okay noch mehr wild gut ich glaube die questgeberin die ist weg die sehen man immer gut die quest ist ja auch abgeschlossen das schwert könnte ich jetzt wohl behalten schauen wir uns noch mal an frost schaden ausdauerschaden und schwächere kreaturen und menschen fliehen ist drei effekt von dem her ist es eigentlich nicht schlecht ich werde es halt einfach als trophy behalten so jetzt habe ich offscreen in der zwischenzeit schon mal geschaut die drei orte habe ich schon besucht aber auch schon erledigt komischerweise habe ich den drachen schrei aber nicht vollständig deswegen werde ich jetzt wohl alle drei orte noch mal abklappern müssen gehen wir gehen wir mal der wahrscheinlichkeit bzw der einfachheit nach durch und das mit diesen drachen schreien hier das ist an der oberfläche das dürfte am schnellsten zu ermitteln sein ob mit den schon haben oder nicht und ja und außerdem und sowieso ladebildschirm du nervst die fertig hat schloss krachtel dabei türen und keine ahnung was nur durch die unterzeichnung des als weiß goldkonkordat bekannten friedensvertragsweist im kaiserreich möglich den ansturm des hoch elfes schnallt meeribund zu überstehen und den großen krieg ich gebe euch deckung den großen krieg ja hallo drache der feind meines feindes ist mein freund oder es ist ein verbesserter frost troll also einer durch eine mod verbesserter hallo darf ich jetzt mal um deine aufmerksamkeit bitten ich fühle mich ignoriert also gut da kriegst eben den pfeil in den unaussprechlichen und du kriegst auch noch einen pfeil ich hab mich jetzt von dem ich hab mich irgendwie nicht erst genommen gefühlt das ist eigentlich frech gut stahlbolzen der hat schon ordentlich was ausgehalten wo ist der andere silberring kann ich auch irgendwann mal verscheuern dann drachen genommen habe ich genug die lasse ich jetzt mal liegen habe ich den drachen schrei oder habe ich ihn nicht offensichtlich habe ich den gut dann haben wir das gecheckt ist grab nehme ich mir als letzte option vor schauen wir mal anker wunder ob ich das schon gänzlich abgeschlossen habe irgendwo muss ich denn den drachen alter übersehen haben egal schnetzeln wir uns halt dann noch mal durch macht ja nix hauptsache ein bisschen action und den ladebildschirm erspare ich euch diesmal jetzt wäre der ladebildschirm kurz gewesen das ist wieder typisch ich glaube ich erinnere mich aber wo sind die wo sind die npcs das sollten doch na egal kann mir wurscht dann wir gehen jetzt rein und gucken ob ich den alter bei meinem glück ist es wieder der allerletzte na egal wie rum wenn ich jetzt ja in der reihenfolge dann zuletzt ist gramos grab durch gehe und dann letztendlich ist habe ich wohl den ist gramos grab den drachen alter nicht benutzt karte katakomben katakomben ruinen also das ist genau das ist das wo man erst mal da diese seitentüren benutzen muss um die tür zu öffnen aber vielleicht kann ich einfach durchmarschieren schließlich habe ich das ja schon mal abgeschlossen aber ich nehme an dass resettet keine gegner überhaupt nix naja das erhöht vielleicht die wahrscheinlichkeit ja da ist noch offen dass ich dann nur durchspazieren muss dann tun wir das das ist natürlich jetzt ein bisschen fad das waren rätsel da mit dem mit dem zugang den musste man erst frei machen und wahrscheinlich ist da hinten dann auch der drachen alter genau schön klarer fall von war wohl nix gut dann gehe ich jetzt mal raus den weg erspare ich euch jetzt das ist ein bisschen fad gut da bin ich dann also auch schon draußen ist gramos grab ist dabei bei winter feste hier irgendwo genau da dann nix mehr hin ladebildschirm überspringen wir und da sind wir schon ich habe gerade spontan bock mal die grand magister ding zu verwenden ja genau jetzt habe ich so oft schreie wie ich will und außerdem schaut irgendwie cool aus jetzt mal ein paar von den zaubern die wir schocken englisch sind zwar total overpowered spielt jetzt hier aber keine rolle glaube ich ich bin mal gespannt ob die irgendwas respawned ist seitdem das letzte mal hier war das war da musste man doch zum schluss hin mit mit mutter rad gut rad diente als schlüssel bei einer statue die statue sehen wir gleich wieder und dann musste man da erledigen was zu erledigen ist und am ende der höhle war so eine flamme so eine magische an der man werwolf heilen konnte da haben wir also ist gramoire kann ich den aktivieren wenn ja warum hätte mir auch gewundert ich habe schließlich oder mal wo könnte denn der altar sein ich nehme mal an ich gehe so rum also rückwärts ja und eigentlich muss es der altar sein ansonsten weiß ich nicht wieso ich den drachenschrei nicht vollständig habe du die dumm die dumm da lang na so wir gehen gerade rückwärts durch weil wir da auf die weise schneller in wir gehen doch rückwärts durch oder dachte ich zumindest und auf der suche nach einem drachen graben was ist das heilung aus der brauche nicht sind hier noch irgendwelche ich bin sicher nein da hat nichts respawned es ist ein bisschen schade würde dem video ein bisschen mehr pfiff geben wenn ab wenn ich ab und zu mal was zu bekämpfen hätte aber das hier ist ziemlich totig wo geht es denn hier weiter da dann wahrscheinlich gehe ich jetzt genau in der falschen reihenfolge durch hier kann man entweder vorwärts oder rückwärts gehen und ich glaube ich bin mal wieder falsch rum durchgegangen andersrum wäre ich schneller in diese kammer gekommen mit der magischen flamme na egal mal dürfte ich eigentlich nicht brauchen so karte uah mal umschauen nicht dass ich den drachen den drachen altar noch übersehe da haben wir also diese flamme flamme des herons genau und es kann durchaus sein dass ich vor lauter hurra vergessen habe den drachen schrei hier aufzusammeln hallo ich höre aber auch nichts mir wurde immer gesagt ich solle ruinen wie dieser aus dem weg gehen jetzt weiß ich auch warum jo warum so alles bestens eisen durch der glute wo ist denn jetzt dieser depperte dieser depperte schreien kann ja wohl nicht wahr sein normalerweise hört man die doch schon von der weiten karte da vielleicht das sieht aus so markierte ort weg ach das geht auch das habe ich ja total vergessen äh ok aber wo ist jetzt dieser dämliche drachen schreien ich finde das albern ach wisst ihr was ich mache jetzt die pause und wenn ich gefunden habe lasse ich das video weiterlaufen das ist mir jetzt echt zu peinlich ich habe da gerade so eine eingebung deswegen bin ich jetzt gerade in einem raum mit der statue wieder her gelaufen ich habe da so eine eingebung dass ich da raus muss und dann wäre es natürlich kein wunder dass ich dass ich diesen schrei noch nicht vollständig habe dann kann man den nämlich wirklich leicht übersehen das dem gehen wir mal nach dieser theorie jo doch das schaut gerade gut aus also das ist dann leicht vorstellbar dass ich dann den schrei hier übersehen habe weil normalerweise wenn der jetzt wirklich in der höhle oh das ist das Burg Wojkiha ne das ist Winterfeste wenn der jetzt wirklich äh ja das sieht gut aus hört sich auch gut an so dann ist schon klar warum ich den übersehen habe völlig logisch den würde ich gerne mal testen einfach nur so zum spaß ich glaube das mache ich jetzt dann auch mal bei nächster gelingenheit so wo war das tierfreundschaft aktivieren und den hätten wir auch vorstellen sturmruf wäre als nächstes dann äh moment ich informiere mich mal auf screen jo ich denke ich habe die gewünschte information gefunden für den nächsten drackenschrei äh sturmruf werde ich wohl nach schützburg müssen das ist zumindest nicht erledigt wir haben es zwar auf der karte schon gefunden aber erledigt ist es noch nicht das heißt die chancen stehen gut sehr gut sogar wahrscheinlich 90% mindestens dass wir dort den gesuchten schrei finden und dann werde ich tierfreundschaft mal testen also so schaut der plan aus ich gebe euch deckung jo das ist beruhigend so tierfreundschaft hallo also gut also gut die sind ihr dort stehen geblieben wenn ihr ein wahrer freund himmelsrand seid dann helft mir bei meiner mission äh so so welche missart die ich kann mich erinnern die wir die das ding hier habe ich schon einmal gemacht da habe ich allerdings auf der seite der kaiserlichen äh im bürgerkrieg gekämpft und da hatte der eine kaiserliche rüstung an aber mehr verrate ich jetzt nicht welche mission der general schickt mich um eine mächtige waffe für die kriegsführung zu besorgen das war die letzte große bastion des drachen kultes und die maske ihres anführers soll sehr mächtig gewesen sein äh was könnt ihr mir über schützbock erzählen nachdem die macht des kultes im drachenkrieg gebrochen worden ist scheint ein letzter rest hierher gekommen zu sein um eine festung zu gründen und sich neu zu formieren in der ersten ära vernichteten könig haralds truppen hier einige versprengte und seither spukt es hier doch wie die belagerung im einzelnen ablief bleibt unklar äh ich werde der sache dienen wobei mich gerade interessiert ob ich in elder scrolls online was über die schützburg in der rift das sollte ich bei gelegenheit mal prüfen ob da ob da ob es da in der rift eine schützburg gibt und ob es da eine quest gibt ich werde da warte mal was könnt ihr mir über den drachenkult erzählen sie waren unter den ersten menschen die von atmora hierher kamen und sie verehrten bestimmte tiere als inkarnationen der götter vor allem drachen und für ihre blutopfer verliehen die drachen ihren priestern furchtbare macht doch die menschen ertrugen ihre grausamkeit nicht sie erhoben sich zu dem später sogenannten drachenkrieg und fegten den kult von der landkarte ich werde der sache dienen sehr gut meinen forschungen zufolge könnte scorn schneeläufer nach der belagerung ein teil seines tagebuchs hier zurückgelassen haben so ich glaube es sollte hinweise darüber enthalten wie man die blockierten bereiche der festung betreten kann die belagerung des drachenkult beschafft die aragots masker findest kürn scorn schneeläuferstagebuch ich will dir mal in die taschen gucken ich sollte weil mir das befehle den schlüssel brauche ich nicht der schließt mir gleich auf ahnen es spukt in der schützburg aber ich bin sicher damit kommt ihr zurecht kommt zu mir zurück wenn ihr die maske habt also der hat mir jetzt aufgesperrt deswegen habe ich den schlüssel nicht klauen müssen weil mir das befehle ihr werdet zu den ruinen von schützburg aufbrechen und dem drachenkult dort die maske abzunehmen wenn ihr entdeckt werdet dann gebt euch als offizier aus es ist unwahrscheinlich dass irgendjemand in himmelsrand clever genug ist um diese verkleidung zu durchschauen sobald ihr die maske habt bringt ihr sie nach labyrinthion aha es ist also ein falscher offizier wie gesagt als ich das erste mal das spiel durchgespielt habe habe ich auf seiten der kaiserlichen gekämpft und da hatte der typ eine kaiserliche rüstung und wenn ich mich nicht erinnere liegt hier irgendwo noch eine leiche rum eine unbegleitete leiche von dem der typ die sachen geklaut hat oder finde ich die erst später ich höre einen drachenschrei okay der ist wahrscheinlich da oben okay er ist also da der drangescheit das wissen wir also auch schon mal ich will jetzt diese leiche finden oder finde ich die erst ganz zum schluss na egal ist jetzt nicht so wichtig wir wissen aus der notiz dass das ein betrüger ist moment ich spreche ihn mal an erstmal speichern ich will mehr die christian kaputt machen worauf wartet ihr geht dort hinein und sucht die maske he he ja ja galmer hat nichts von einer mission warte mal warum geht ihr nicht hinein ich nein ich bin zu wichtig für die kriegsführung als dass ich darin leib und leben riskieren dürfte und außerdem bezahle ich ja euch dafür ja ja worauf wartet ihr dann noch geht hinein und verdient euch euren lohn ich möchte die option mit galmer galmer hat nichts von einer mission hier erwähnt oh nun natürlich leugnen sie alles wissen darüber es gibt überall spione ja ja natürlich natürlich ja gut mhm bist eigentlich eh schon enttarnt aber egal gehen wir mal schützburg bisschen action in die folge reinbringen leider ist die fast schon rum 6 minuten haben wir noch egal wir fangen in dieser folge schon damit an und ja ich brauche noch ein paar kämpfchen irgendwie zur abrundung bisher ist ja noch nicht so viel geschehen hier also jedenfalls kampf technisch nix die zwei ruinen waren ja leer die mal gecheckt haben gut und jo Eisentür nutzt wird hier frei wahrscheinlich nutzen wir das hier gar nix ich wusste doch dass ich etwas gehört habe und wup 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 also ich muss feststellen gegen normale gegen 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 Ich hab Wortfindungsstörungen, das ist bedenklich Ich versuch's mal mit Feuerschaden, vielleicht wirken die besser Zyring Pain Ja, der wirkt gut, also Warum sollte ich aufpassen, ihr haltet doch ein bisschen was aus Ich hab euch doch super ausgerüstet Nordpfeile, die nehm ich mal mit Was ist denn das, das ist doch Nee, brauch ich nicht, kein Gift Das Gift, warte mal, Drachenpriester, doch ich könnte mir als Schlüsseldüner Den nehm ich mal mit, hat der auch sowas? Nee, hat er nicht Oh, hallo Was ich da mache, ich kämpfe Okay, ich seh schon, mit dem Ding sollte ich aufhören Das ist nicht ganz das Richtige, warte mal Ja, ja, bum 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 Was nehm ich denn, Donnerkeil, ist vielleicht ein Schickter Zerstörung verbessert auf 89, okay Bist du böse? Hallo, dann treff ich den Kerl, net Ich treff den, net, hallo Was sind die Trefferquote von dem, äh, eigentlich sollte die von alleine treffen Versuchen wir's mal so Irgendwas Ist doch da faul Ja gut, dann eben auf die bewährte Weise Und eins, und zwei, drei Ja, gut, mit der Magierausrüstung bin ich natürlich Schwach im Umgang Hallo Ich blamiere mich hier gerade Eieieiei Drachenknochenpfeile, Ektoplasma, Nordpfeile Genau, unter den Hintern setzen Also, irgendwie Irgendwie ist das seltsam Äh, Feuerball, warte mal Weil ich brauche Ich nehm wieder den Donnerkeil, der hat eigentlich Ich muss nur treffen, dann ist der Äh Jogging Anguish, so Das ist nicht Serana Das ist Drachenknochenpfeil Hallo, müssen wir aufpassen Ja, der macht, der macht, äh, der macht, äh, wie heißt das gleich wieder Flächenschaden Dann versuche ich's mal mit dem guten alten Feuerzauber da Ei, 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 ei Ist ja übel Ich soll, zuerst, Talan Oh Noch ein Drachenpriesterdolch Vielleicht ist das doch kein Schlüssel Egal, ich nehm mal die zwei mit Nicht, dass ich für irgendwas zum Öffnen Zwei Drachenpriesterdolche brauche Sowas hat's ja schon mal gegeben Sowas ähnliches Komm, lauf da durch Hier durch Nein, hier Du nicht, dann eigentlich Ich kann's gar nicht mit ansehen Serana Das, haha Ich glaub, der, der Zauber ist angenehm Der schadet meinen Mädels nicht Und tut, was er tun soll Ähm Wirbelwindsprint Schadet, dass ich Tierfreundschaft jetzt nicht testen kann So, wo ist der Schalter? Gibt's noch einen bestimmten obligatorischen Schalter Ja gut, nehm ich erst mal Skorm Äh 13. Sonnenuntergang 1. Ära 139 Aufbefinden König Harald Begab sich unsere Kompanie im Einmarsch An die südliche Grenze unserer Territorien Um so zu versuchen, die Schneeelfen Nordwärts abzudrängen Wo sich der Hauptteil seiner Streitmächte befand Die ersten paar Tage stießen wir auf heftige Gegenwehr Aber als wir uns dem östlichen Ufer des Honnitzsees näherten Begegneten wir immer weniger von ihnen 21. Sonnenuntergang 1. Ära 139 Wir erhalten seit kurzem Berichte über Angriffe hinten beim Honnitzsee Und von der Front kamen die Orte, dass wir uns zurückziehen sollen Um unsere Nachhut nicht ungeschützt zu lassen Wenn sich dort ein Schützpunkt der Elfen befindet Werden wir sie gewiss aufstöbern 27. Sonnenuntergang 1. Ära 139 Es mag sich unwahrscheinlich anhören Aber wir scheinen auf eine gewaltige Festung der Drachenkultisten gestoßen zu sein Die eigentlich seit dem Drachenkrieg als ausgelöscht galten Die Elfen werden warten müssen Denn diese Gefahr können wir nicht einfach ignorieren Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht überrumpeln Und eine langwierige Belagerung vermeiden 21. Abendsterne 1. Ära 139 Die dritte Woche der Belagerung Die Männer werden der Kälte überdrüssigt Alle vermissen ihre Familien Wenn uns dieser verfluchte Sturm nicht überrascht Und unseren Aufstieg verlangsamt hätte Hätten wir das Klopster vielleicht einnehmen können Aber nach Lage der Dinge werden wir wohl noch einige Wochen lang auf ihre Mauern einschlagen Ich habe Harald benachrichtigt Er solle einen der Meister der Stimmen schicken Um uns zu helfen die Mauer einzureißen Vierter Morgenstern Je eher desto besser Auf diesem Berg ist es verdammt nochmal zu kalt Fünfte Morgenstern Erste Ära 140 Heute sind wir ins Kloster eingedrungen Ich habe jedoch all seine Insassen tot vorgefunden Wie es scheint Haben sie die Treppe zum Refektorium absichtlich zum Einschütz gebracht Und sich das Leben genommen Einige scheinen sich die Pulsadern aufgestimmt zu haben Bei anderen haben wir leere Langes Lesen macht müde Bei anderen haben wir leere Violen gefunden Die meisten von ihnen scheinen an einer Vergiftung gestorben zu sein Aber merkwürdigerweise haben wir nicht so viele Fläschchen gefunden Wie man angesichts der Zahl der Toten erwarten würde Wir werden hier übernachten Anstatt in der Kälte zu frieren Morgen früh werden wir die Katakomben erforschen Um zu versuchen einen anderen Weg zu den oberen Etagen zu finden Sechster Morgenstern Erste Ära 140 Mögen die Acht uns vor Drachen und Verrückten schützen Wir haben heute die Hälfte der verbleibenden Männer verloren Wir entdeckten einen Brunnen in den Katakomben Er war zwar verschlossen Doch mehrere Eimer waren bereits gefüllt worden Aus Freude darüber endlich etwas trinken zu können Ohne Frostbollen auf der Zunge zu riskieren Tranken 40 Männer davon Ehe wir sie aufhalten konnten Nur die Götter wissen Wie diese Kultisten das schreckliche Gift In ihrem eigenen Wasser vorantgeben konnten Wir haben mehr Männer an dieser Katastrophe verloren Als bei der Eroberung des Hofs Ach du liebe Güte Der Brunnen wurde von dieser Seite verschlossen Und der Schlüssel muss sich irgendwo in den Katakomben befinden Das muss ein Hinweis sein Wir müssen also diesen Schlüssel und diesen Brunnen finden Aber hier gehen die Geister der Toten Kultisten um Und die Männer sind demoralisiert Da ist die Suche einfach nicht wert Sollen diese Götter verlassenen Kultisten Sich doch ins Reich des Vergessens trinken Schluss aus Die obere Tür im Innenhof verfügt über eine Art Barriere Und unsere Magiere glauben Dass das Opfer welches hier vollzogen wurde Sie mindestens für einige Jahrzehnte aufrechterhalten wird Wir werden diesen verfluchten Ort morgen verlassen Um uns neu zu formieren Und weiter nordwärts zu marschieren Doch ich werde dieses Tagebuch hier zurücklassen Wenn in ein, zwei Zeitaltern das Gift abgeklungen ist Findet vielleicht jemand einen Weg hinein Und kann sich vergewissern Dass die Kultisten ihr gerechtes Schicksal erleden haben Ja, inzwischen sind mindestens drei Zeitalter vergangen Und gut Das war Aufschluss Da ist noch ein Tagebuch Das lesen wir in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bye Aufschluss Bis zum nächsten Mal